Hallo, hallo, hallo! Hier wieder ein neuer Sportvlog bei Shoki Banoki. Ich bin heute hier in Wiesbaden bei Körperformen. Körperformen ist das Fitnessstudio von Rosario Battaglia und das ist der Alex, das ist der Mitarbeiter vom... Hi, grüßt euch! Hi, ja, ja, genau. Das ist der Mitarbeiter vom Alex, äh, vom Alex sag ich, vom Rosario, ne? Und der hat mich hier schon eingekleidet, hier, Terminator-mäßig. Wir machen hier, was für ein Training, wie heißt das? Elektromuskelstimulation. Elektromuskelstimulation. EMS, ja. Und das wird er jetzt mit mir machen und dann seht ihr gleich nach dem Intro, wie es weitergeht. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt den Puls Ich weiß nicht mehr, aber jetzt hast du noch viel im Boden So, drei, zwei, eins Das war's Heilandsack Heilandsack Wir haben EMS-Training EMS-Training gemacht heute EMS-Training, check Saugeil 20 Minuten? Ja, knapp 18 Minuten ungefähr Sagen wir 20 18 Minuten, 18 Minuten EMS-Training, check Und ich sag dir, ich komm mir vor wie Robocop jetzt auf einmal Ach, check Saugeil Nur zu empfehlen Die Webseite blende ich nochmal ein Für alle Damit die das auch sich irgendwie antun können Supergeile Sache Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen Alex, du siehst mich wieder Alles klar Ich sag, cheerio mit Sophie Bis zum nächsten Ciao, mach's gut Woo